Der Duyeng Lam See ist ein menschengemachter See, der etwa 15 Minuten von Dalat entfernt liegt. Er ist mit dem Motorrad oder einem Taxi gut zu erreichen. Dort angrenzend findet man eine Ku Yulit, was so viel bedeutet wie Tourismusgebiet. In und um den See kann man einige Dinge erleben, wie Kajaking, Wandern und natürlich Schwimmen. Mit seiner Fläche von ungefähr 350 Hektar und der romantischen Landschaft, die ihn umgibt, ist er ein beliebtes Ziel für die Reisenden in Dalat.